Willkommen zurück zu The Evil Within. Ich bin mega angespannt. Ich habe Angst, dass ich jetzt einen Fehler mache, aber dann ist es so. Irgendwie muss man das ja wohl mal hinkriegen hier. Irgendwo da läuft doch bestimmt einer lang. Und genau da müssen wir hin und brauchen irgendwas, was wahrscheinlich hier oben im Zimmer ist. Da wette ich mit. Ich weiß aber leider nicht mal, in welchem Zimmer. Und die klingen so ekelhaft. Die klingen so widerlich. Ist hier einer? Bestimmt ist hier einer. Oh, da hängt auch einer. Oh Gott, lauf, 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 lauf. Versteck dich, versteck dich. Wie haben Sie das so schnell geöffnet? Sie können es gerne selbst probieren. Bitte, die Zeit dreht. Er redet mit mir. Wir müssen Leslie unbedingt finden, bevor ihm irgendetwas zustößt. Er redet da mit mir. Also, der Typ natürlich, aber wie? Wer hat denn da jetzt... Wo ist der denn? Gibt's doch gar nicht. Erste Hilfe-Koffer. Die große Spritze in diesem Erste Hilfe-Koffer stellt deine Gesundheit in großem Umfang wieder her. Allerdings mit vorübergehenden Nebenwirkungen. Sie sind sehr selten, aber erhöhen mit jedem Einsatz auch ein wenig die maximale Gesundheit. Okay, ist es nicht etwas, was wir sogar gerade brauchen könnten? Was ist... Also, es ist die Flasche, die brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Versuch Nummer 4. Probanden Nummer 4 bis 13. Gehirnströme verringert, aber Synchronisation hergestellt. Probanden sollten allmählich ein geteiltes Bewusstsein erfahren. Bisherige Versuche haben einen rapiden Verfall des Bewusstseins gezeigt. Ihre Gedanken wurden zu einem höchst erlesenen Amalgam aus mentalen Versatzstücken. Ich muss mich selbst mit ihnen verbinden, um den Schrecken zu erleben, bevor er vergeht. Okay. Ich kann das nochmal benutzen. Kann ich das irgendwie an mich nehmen oder... Nicht, oder... Okay, wir können uns auf jeden Fall hier verstecken. Was gut ist. Was ist hier? Was ist hier? Ist hier nicht der Dings gewesen? Okay, da ist der andere, glaube ich. Da ist der... Okay. Hat er bemerkt jetzt, wo ich bin? Der kommt jetzt, ne? Ja. Das ist aber gut, dass der kommt. Dann können wir den nämlich langsam so von hinten wieder und so. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Komm mal rein hier jetzt. Komm. Komm rein, komm rein, komm rein ins Zimmer. Ach, das gibt's doch nicht, oder? Können wir auch mal eine andere Waffe zwischendurch so eigentlich mit Schnelltaste wählen? Ich habe übrigens immer Angst bei diesem Geräusch. Das finde ich furchtbar. Ähm, dann denke ich immer, ich habe einen übersehen oder so. Bist du jetzt hier oder nicht? Ich bin mitten auf dem Gang. Dann haben wir nämlich ein Problem. Ach, direkt hinter mir. Das ist ja auch schön. Komm mal. Diese doofe Flasche auch immer. Kann die jetzt mal kommen, die Truller? Ja. Endlich. Sehr schön. Da ist sie ja. 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 Oh Mann, jetzt ist sie wieder rausgegangen. Was ist sie denn für eine? Wie schnell ist sie denn bitte wieder weg? Und zack ist sie wieder da drüben, ey. Bescheuert. Da sieht sie uns total schnell. Ich weiß nicht, wie wir das am besten mit ihr machen. Am besten eigentlich sie... Sie sieht uns nochmal. Komm mal. Hier bin ich. 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 Komm mal, komm mal. Komm mal rein. Ach, sie macht die Tür jetzt aber gut kaputt. Die war bestimmt mal irgendwie eine böse Lehrerin oder so. Oh, die Tür ist offen. Das ist aber gut. Oh, und da... Jetzt geht die da wieder weg. Das gibt's doch nicht, echt. Wie kriegen wir die denn mal? Die Tür ist schon offen. Du kannst einfach nur reinkommen. Die hast du schon aufgekloppt. So. Raus mit dir. Bisschen schneller hier. Ich will sie kriegen. Komm. Schnapp sie dir. Ja. Sehr schön. Das war aber richtig knapp. Sie wäre fast wieder... Ne? Fast. Und auf eine Runde... Drei, vier, fünf hatte ich jetzt auch keine Lust eigentlich. Hier sind wieder Sachen. Oh, Spritzen! Yeah! Spritzen. Geil. Und Muni. Muss ich jetzt noch Angst hier haben oder... Oder nicht? Was ist das hier für ein Gang? War ich jetzt hier schon drin? Ich ja, ne? Äh, ja. Jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Okay. Ja, aber trotzdem. Man muss sich vergewissern. Ja, dann gehen wir jetzt hier mal runter. Dann haben wir den Gang ja hier oben abgeklappert. Warte, soll ich die Flasche mal mitnehmen? Man weiß ja nie. Eigentlich waren wir hier unten ja schon. Und hier sind auch noch andere Flaschen, aber... Ich hätte jetzt echt gedacht... Können wir uns auch verstecken? Mache ich den jetzt mal? Haben wir jetzt nicht alle erledigt, die wir erledigen müssen? Bis auf ihn hier, den... Den... Typen, ne? Der da die ganze... Remi-Demi macht. Den Remi-Demi-Typen. Den müsste... Da müsste man noch... Vielleicht hat der das. Der hat doch... Ach, ich weiß auch nicht. Hier. Ihr wisst, wen ich meine. Genau. Er hier. Und der hat doch die Kettensäge. Bestimmt. Mein Gott! Scheiße! Nein, nein, nein! Lauf! Lauf, bitte! Hau ab! Oh mein Gott, ist er schnell! Oh mein Gott! Lauf! Wo, wo, wo lang? Lauf, 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 lauf! Er bleibt stehen. Ich sterbe gleich. Ich sterbe... Lauf, Junge! Er läuft nicht. Okay. Okay. Ähm, lauf hier unten lang, weil... Dann kannst du mir gleich hier die Kettensäge und so... Ja, bleib stehen und guck's dir an. Genau. Lass dir Zeit. Du sollst nicht... Ich mach die Kettensäge da... Ja! Oh mein Gott! Ich sterbe. Ich dreh durch. Ich dreh am Rad, Leute. Ich... Wie... So bricht der da auf einmal durch? Ich denk, wir gehen jetzt in Ruhe dahin und schleichen uns an. Ja, ich weiß, dass die sprinten so... Wo soll ich denn hinsprinten? Ey. Ist er schon da oder nicht? Nee, dann würde die Mega-Musik kommen, ne? Ich soll das... Also wir brauchen eine Kettensäge, die er hat. Ja? Damit wir hier das Tor aufkriegen. Nur wie... Wie bringe ich ihn denn dazu, dass er das hier durchsägt? Der will doch mich! Also wir müssen ihn irgendwie dazu kriegen, dass er das hier durchsägt, oder was? Und währenddessen soll ich hier panisch schön herrennen. Nebenbei ist meine Ausdauer im Eimer. Also... Der war so schnell jetzt hinter mir. Ich bin ja sofort weggelaufen. Vielleicht können wir ihn auch einfach erschießen. Ganz blöd. Können wir ihn erschießen und dann... Nehmen wir ihm die Kettensäge weg? Ich glaub, das ist besser, oder? Ich versuch das jetzt mal. Anscheinend ist ja hier ein Kontrollpunkt gewesen oder so. Was sehr schön ist. Hallo! Kettensäge. Kettensäge. So. Achso, und ich möchte bitte dieses Schrotflintending haben. Äh... Schnellzugriff ist natürlich perfekt. Okay, das macht nix. Wir können ihn nicht erschießen. Das ist schön. Äh, was ist denn? Wollt ihr mich verarschen? Hier, sägt das Ding durch. Sägt euch... Versägt euch gegenseitig. Ja, was mach ich jetzt? Komm. Ja, er hat mich schon wieder... Ich... 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 Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hab Angst vor dem. Es ist ein ganz böser Mann mit einer Kettensäge, der hinter mir her ist. So, ich soll sprinten. Wohin darf es denn mal gesprintet gehen? Nicht, dass da auch noch einer irgendwie da gerade so aus seinem Plätzchen herauskam, der auch noch mal Lust hatte, sich dazu zu gesellen. Ne? Wir haben ja noch nicht genug, äh... Freunde. Anscheinend. Ich weiß nicht, was sie machen soll. Die der Typ hat. Der Typ hat die Kettensäge, die wir wo... Also... Hm. Also ich glaub nicht, dass wir... Ihn hier herbringen sollen und er zersägt das, oder? Weil er ist voll hinter uns her. Dann kommt auch noch der andere da rausgesprungen. Aber wo können wir denn hinsprinten? Verdammig. Wir müssen uns doch irgendwie so verstecken können, dass der uns nicht sieht. Aber der ist so schnell hinter uns her. Da konnte ich bis jetzt nicht weglaufen. Also das... Sehe ich schon kommen, dass ich da die ganze Zeit wie so eine Irre jetzt hier rumrenne und... Mich frage, wo ich am besten hinlaufe. Ist ja auch noch einer drin gewesen eigentlich. Ist das der, den wir schon hatten? Achso. Weil es ist klar, die sind jetzt irgendwie automatisch wieder da hier. Und die müssen wir, glaub ich, vorher mal platt machen vor. Sonst... Haben wir ein Problem. Nee, du siehst mich nicht. Geh du mal schön in deinen Gang. Und die andere ist auch wieder da oben, ne? Voll scheiße. Okay. Die sind also alle wieder da. Was mache ich jetzt mit denen? Ich finde das irgendwie blöd, dass die jetzt alle wieder da sind, obwohl ich die getötet hatte. Das ist eine doofe automatische Speicherung. Hallo. Hier bin ich. Nein, hier bin ich. Wieso geht er denn nicht in den doofen Gang? Doch, er geht in den doofen Gang. Okay, sehr schön. Oh, das ist gut. So. Oh, da ist ja noch einer. Warte mal. Den kriegen wir doch auch noch gleich hin, oder? Mit unserem Trick 17 hier. Im Kreis laufen. Wo ist sie jetzt hin? Ach, hier. Und dann komm mal durch. Sehr schön, das war die nächste. Ja, ähm. Noch einer, der von oben sich dazu gesenden möchte. Also, die haben wir. Heißt das, sind auch alle Getränke und so wieder weg? Ich verstehe das schon wieder nicht, ab welchem Speicherpunkt alles zuletzt war. Wenn ich jetzt nach oben gehe, ist da auch wieder alles weg. Und was mache ich mit dem Kettensägen-Typen? Ich weiß auch nicht. Hier ist auch... Oh Mann, hier sind auch wieder die Spritzen. Jetzt weiß ich nicht, ob alles weg ist. Das ist doch doof. Kann doch nicht alles schon wieder einsammeln. Das geht nicht. Was ist auch vor allem mit den Waffen und so? Was ist das hier? Achso, das ist ein Harpunenbolzen. Ein mächtiger Harpune für die Qualen am Brust. Um die Dinger aufzuspießen. Hallo? Also, die werden ja hier nicht nochmal jetzt rauskommen. Aber was mache ich mit Kettensägen-Man? Ich wüsste gerne, was ich mit Kettensägen... Ich könnte ihn vielleicht blenden oder so, aber kann ich denn schon was basteln? Ja, können die auch mal ein anderes Menü-Geräusch nehmen. Das ist echt furchtbar. So, das packe ich da rein. Jetzt kann ich immer schön über Schnelltaste... Nö, 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 alles klar. Gesundheit ist so, naja. Hey, du sollst es da lassen. Ich will eigentlich immer das wechseln. Also nicht das Menü, sondern... So, und das gehört da hin. So. Und jetzt nochmal. Und jetzt möchte ich komplett hier was ganz anderes. Was möchte ich jetzt? Ich möchte nicht das Steuerkreuz ändern. Ich möchte... Genau, das möchte ich. Kann ich hier schon irgendwas erstellen? Explosivbolzen, Blendbolzen. Können wir den irgendwie... Mit einer Harpune oder irgendwie damit so? Oh, er kann das schon ausrüsten. Okay, das ist cool. Aber... Und ich kann das auch vor allem so weit schießen. Das ist schön, aber er wird uns mega toll... Er wird uns total... Ne, ich kann schon gar nicht mehr reden, weil ich ganz aufgeregt bin. Er wird uns auf jeden Fall verfolgen, das würde ich sagen. Explosivbolzen, Blendbolzen. Soll ich jetzt so einen blöden Blendbolzen nehmen oder was? Okay. Ey, damit... Damit locken wir UFOs an. Ich weiß nicht, wo ich hinrennen soll. Das ist das Problem. Ich werde mal kurz einen Cut machen und gucken, wo ich hinrennen soll. Und mal gucken, ob der Blendbolzen geht. Also natürlich werde ich das trotzdem gleich ausprobieren. Vielleicht, wenn es... Oder auch nicht. Aber ich möchte wissen, wo ich hin soll. Weil es bringt ja auch nichts, wenn ich die ganze Zeit sterbe und immer wieder den Scheiß einsammeln soll. Oh, da liegt auch noch was. Was liegt da? Ah, nur eine doofe Flasche. Ja, okay. Ja, wir können natürlich auch die Leiter hoch. Vielleicht kann er ja auch mit seiner doofen Kettensäge gar nicht die Leiter hoch. Das können wir natürlich mal ausprobieren. Die Leiter hochzuklettern, das wäre ja noch was. Und in der Kiste ist auch noch was? Nö. Die Leiter. Die andere Leiter würde auch gehen. Aber wir wollen... Die da. Die probiere ich jetzt mal. Und du kannst es auch mit der Armbrust. Nicht, dass ich hier gleich wie so eine Irre hinrenne. Okay, die ist direkt am Start. Ich muss nur die Leiter hoch. Wehe, hier kommt jetzt... Naja, ich... Und dann werde ich ihn einfach blenden einfach. Das wird super. Komm jetzt. Oh, cool. Und jetzt lauf. Wir haben ihn geblendet. Nein, nimm nicht die Flasche jetzt. Geh. Er weiß nicht, wo wir sind, oder? Er weiß nicht, wo wir sind. Oder er weiß, wo wir sind. Oh, oh. Und wie? Kommt der hoch? Ich sehe nichts. Okay. Also wir haben ihn geblendet. Das hat geklappt. Was mache ich jetzt mit ihm? Er kommt nicht hoch. Also er kommt keine Leitern hoch. Das ist super. Der blöde Arsch. Problem ist, dass er jetzt hier steht. Und voll durchdreht, weil er weiß, dass wir hier sind. Ja. Kannst du auch mal woanders hingehen? Nee, komm. Wir lassen ihn mal kurz beruhigen. Mit der Hoffnung, dass er mal, wenn ich ein bisschen eine Weile still bin, vielleicht woanders hingeht. Sonst weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Er will ihn erledigen. Aber wie? Mit dem Bolzen-Ding? Können wir das machen? Ach, du sollst das nicht immer ändern. Vielleicht ist es meine Schuld, aber das gibt es doch nicht, oder? Da sollst du das hin tun. Ja. Das ist schon richtig so. So, mein Lieber. Und das... Nee, jetzt wollte ich eigentlich die Schrottflinte nochmal. Geht das? Die. Und die möchte ich bitte da hin haben. Mir ist es jetzt egal, ob die es oder rechts. Und wenn wir das haben, dann können wir doch sicher auch das andere nehmen. Blendbolzen. Harpunenbolzen. So. Und die dumme Flasche. Das kann ich doch oben machen. Und wenn ich oben bin, wieso kann er sich nicht da mal verpieseln, ey? Der weiß doch nicht, wo ich bin, oder? Nehme die Flasche weg. So, das ist ein Blendbolzen. Das ist Harpune, ja? Okay. Und wenn ich jetzt hier den hier mache, das geht auch, dann war... Mach's mal nachladen. Genau. Auch schon mal vorbereiten hier. Oder Schrottflinte. Auch nochmal nachladen. Geht das? Nö. So. Aber das andere können wir das nicht auch in die Schnellwahl reinkriegen. Hier so, äh, das hier. So, das mache ich jetzt mal auf links. Ja? Geht das? Harpune. Und wenn wir das haben, geht dann auch blend auf unten. Ja, ich muss das Menü hier erstmal so ein bisschen kapieren. Das ist wichtig. Man sollte sich damit schon vertraut machen. Den Tipp habe ich auch bekommen. Also mache ich mich gerade mal ein bisschen vertraut. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie ich ihn da unten auch eh erledigen soll. Ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig, als runter zu gehen und ihm versuchen, irgendwie den Kopf zu schießen. Aber als ich voll auf ihn geschossen habe, das hat ja gar nichts gebracht. Vielleicht muss man echt eine Harpune nehmen. Wer schießt denn mit einer Harpune? Das Blendding hat auf jeden Fall geholfen. Vielleicht einmal das Blendding nehmen und dann eine Harpune rein. Oder dann mit der Schrottflinte drauf. Oder wie auch immer. Irgendwie muss das ja gehen. Und wenn wir das alles da unten machen und schön in der Nähe der Leiter bleiben, dann gehe ich einfach mal wieder die Leiter hoch. Das ist auch mal eine tolle Taktik. Hm? Ach so. Harpune. Explosivbolzen hätten wir auch noch. Das möchte ich... Ach so, das bleibt dann da. Okay. Explosiv. Ich weiß nicht, ob es geht. Ist er noch da? Oh, er ist auch nicht mal da. Das ist ja toll. Er weiß gar nicht mehr, wo wir sind. Umso besser. Wir sehen uns im nächsten Part von Video-Bist-In. Mal gucken, ob wir den Kettensägetypen dann richtig fertig machen. Bis dann.